Ein sogenannter Öko-Bauernhof, du. Und da will ich jetzt mal gucken, du, was hier so geht. Du, du. Ganze. Hör mal, du. Du hast keine Angst zu haben. Ich bin voll zu Gott. Hier ist die Schweineküche, ne? Hier lecker, könnt ihr mal reinschauen. Ach was, sie kriegen die alten Brötchen, die der Martin, die der Martin nicht mehr isst zum Frühstück. Ich finde die Schweine da. So. Na? Blöde Sau. Oh. Und das sind jetzt auch die Reitschweine, ja? Das sind die Reitschweine, genau. Ich muss das später mal probieren. Ach so, Bienen sind ja auch noch da, ne? Das wäre vielleicht auch noch spannend für dich, ne? Bienen, ja. Honigbienen, ja? Ach, Honigbienen. Ach so, ich dachte hier so, Bienen. Bienen, ne? Was ist denn das, Martin? Es kommt nämlich aus einer Kölner Stadtwohnung. Es kommt aus einer Kölner Stadtwohnung und heißt deswegen Maggie? Genau. Und das haben wir einfach übernommen. Maggie. Man hätte es ja auch umnennen können zum Beispiel. Also mit Maggie kannst du spazieren. In Vera.